Diesmal entkommt er nicht. Der Penner muss hier irgendwo sein. Ich hab keine Muni mehr. Oh Quatsch. Sie sind geschaffen. Wir wollen zur Elkzentrale. Sie durchkennen den Sektor. Der Verdächtige entkommt uns nicht. An alle. Den Verdächtigen wurde ein SUV hinterher geschickt. Verstanden. Zentrale. Wer? Müsste nicht eigentlich dann rot sein? Lagt die Jagd ihn doch einfach in der Luft. Ne äh. Fährt weg. Ich bringe sie zur Strecke. So oder so. Wir brauchen einen Krankenwagen. So knapp. An alle. Einwirkungen zum Standort des Verdächtigen geschickt. Ausschwören. Warte! 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 Du hast da in der Feuer! Warte! 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 Seht ihr mal dahinten nach. Wie lange sind wir unter Beschuss? Ja ich hab schon Video gemacht. Ich schicke Ihnen eine Beschreibung des Verdächtigen. Officer Verletz, wiederholen, Officer Verletz! Wenn wir flüchten, wollen wir gar nicht mehr fließen. Ja, das überlegen wir nachher. Schatzi, darfst du meine Hupe lecken? Naja. Hey, was soll das denn werden? Ey, ihr Ficker, Alter. Wie viel Wagen wollen die in den noch schicken? Alter, wir sind schon die ganzen Dach da drin. Da kann man noch grad voll fun, die zu terrorisieren. Da muss in der Blonde. Ja. Ja. Ich hab die Bombe leider nicht. Da muss man da erst drauf stillen. Welches ist denn das, ey? Welches ist denn das, ey? Ich fliehe ohne, weil hier keiner ist? Wir können keine Banden mit uns rufen, ne? Bei mir geht's nicht. Bis! Mist! 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 Ein Mann wurde dem Verdächtigen hinterhergeschickt. geschickt ich noch ein saufall ja klar ich bin geflohen also ich bin draußen ich habe überlebt aber was für ein kohls sei Ja, ne?